Ach, am neuen Altar, äh, am Steg. Ach, ich suche mir einfach was aus. Speichern, ähm, jo. Jetzt bin ich mal gespannt. Titan habe ich jetzt endlich mal als neues Material. Gut. Ich kann, naja, das mit dem Pfeil ist jetzt, äh, Verschwendung eigentlich, ähm, obwohl, kann ich machen. Dann habe ich schon mal ein bisschen was freigeschaufelt. Dann habe ich hier noch ein neues Schild. Dann habe ich hier noch ein besseres Schwert. Gut. Dann habe ich das hier alles schon mal alles. Dann kann ich hier auf jeden Fall noch das Maximale rausholen. Boah. Also an diesen Rohstoffen mangelt es mir erst mal nicht. Was brauche ich denn hierfür? Holz brauche ich dafür. Um einfach mal die bessere Spitzhacke zu machen. Dann brauche ich auf jeden Fall die Axt. Die muss rein. Dann sammle ich jetzt noch mal kurz Holz. Bis irgendwann nicht mehr hier vor der Hütte steht. So. Dankeschön. Nehm ich noch einen Baum. Ich nehme jetzt mal einen Baum von hinten, weil irgendwann fallen ja die, äh, habe ich noch vorne keine Bäume mehr. Ich nehme den Baum von hinten, damit ich dann vorne noch Bäume habe. Kannst du gemerkt, wie das klingt? Bionale hat mal wieder irgendwelche Gedanken im Hinterkopf. Ja, der hat mir so erzählt. Ich sehe, wie erst mal den Baum von hinten. Ja, der Baum von hinten. Extra-körnig. So, was kann man jetzt sagen? Kann ich die jetzt bauen? Jupp, kann ich. Dann gucke ich mal, kann ich die jetzt auch bauen? Ja, wenn jetzt alles freigeschaltet ist, dann denke ich mal, dann habe ich auch die Möglichkeit, hier ein bisschen was zu machen. Mit dieser, jetzt muss ich mal gucken, welche steht denn jetzt über dem. Ich habe die. Was ist denn das überhaupt? Silber? Nee, das war eine Silber. Spitzhacke. Da ist Kupfer härter als Silber. Aber was kann ich mit den Titan-Dingern anfangen? Naja. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Ich muss jetzt mal hier hoch, mal gucken. Und dann habe ich hier noch einiges. Kann er das noch mitmachen. Dann gucke ich mal. Da hat er nichts. Ich kann mich auch nicht schneiden an der Maschine. Das ist ganz praktisch. Ähm. Titan. Ich kann damit jetzt ehrlich gesagt noch nicht anfangen. Ach, Gott schön. Was ich mit diesen Knochen mache. Also diese Skelett-Dinger. Die sind etwas nervig. So. Ähm. gut okay habe ich die schon mal ein bisschen los hier genau wie hier ein bisschen mehr platz knochen wie sagt kann ich jederzeit holen aber jetzt sind es sehr sehr anstrengend dann habe ich hier noch eine truhe die kann auch was rein die eier die können rein die sind nervig dann habe ich die pilze die kann man nicht verarbeiten irgendwie komischerweise der ganze der ganze scheiß hier der kann auch rein was haben wir denn hier die kann rein hier ist alles voll aber die kohle die brauchen wir ja noch was habe ich denn hier silber ich nehme hier die axt dann haben wir zu viel material gut damit ich jetzt abspeichern ja ich habe alles verbraucht und wer hat mal gucken die zukunftswerkbank ich kann nicht so viel neu machen hier dann ja also wenn ich jetzt ja anfange ich werde ja mal nicht fertig so ja hier war ja was hier oben mit e und so weiter fleisch glitter so etwas mit glitter machen habe ich gemacht glitter hergestellt wie perl eine holzakt habe keine holzakt okay ich muss mal gucken war dass die axt die hinten war jetzt gehe ich mal kurz hier drauf und muss mal gucken wie per ja manchmal dann ist das schon mal erledigt okay jetzt bin ich hier habe ich habe ich hergestellt jetzt muss ich mal gucken ja gut ich habe das jetzt so ins inventar bin damit gesprungen schön das meinte jetzt mit space dazu brauche ich dieses buch um ehrlich zu sein ist aber egal ich werde es heute nicht mehr schaffen daher verabschiede ich mich jetzt hier von dem spiel hat zumindest für heute mal gucken was jetzt hier bei diesem altar funktioniert wir sind auch noch einige sachen freizuschalten motorrad und so weiter automatisches rollbrett ist das denn generator monster und solche sachen also hier kann man noch einiges machen was ist das maschine gut und ich habe noch so viel das kann man alles herstellen gut zu wissen aber das werde ich bestimmt hört mich so doof anstellen das werde ich alles nicht schaffen weiß ich jetzt schon bin ja froh dass ich jetzt mal diese werkbank hier irgendwie verstehe gibt es jetzt hier irgendwas neues was ich machen kann obwohl ich habe ja nicht neues gefangen oder sowas ich habe auch nicht neues abgeschlachtet gibt es jetzt irgendetwas was ich noch machen kann ja das könnte ich ja machen gut das macht ihr jetzt ganz bequem in der zeit speicher ich verabschiede mich und sagt euch noch viel spaß dabei beim schauen hey leute ich freue mich gerne über ein abo like oder kommentar abonniert einmal mein kanal dann sehen wir immer die aktuellsten videos